ja hallo ihr lieben heute freitag habe ich gesagt wird die verlosung beendet der tisch geht raus und das will ich gleich machen ich habe mir so ein programm runtergeladen habe da nette junge dame gefragt wie funktioniert das dass ich das aufnehmen kann was ich da am bildschirm mache damit ihr auch seht wie das ganze vonstatten gegangen ist und ja das habe ich gemacht das ist jetzt im grunde nur das vorwort ich freue mich super dass ihr alle mitgemacht habt und die ja gut die teilnahme war jetzt nicht so groß ich glaube 24 25 ist natürlich für diejenigen die mitgemacht haben eine größere chance der gewinner freut sich hoffentlich über den tisch ich habe ja da einiges zu gesagt dann bei der verlosung muss ich jetzt nicht vorweg nehmen ich zeige euch das gleich und wünsche euch ein schönes wochenende ich muss mal schauen ob am sonntag das video kommt vom andré was ich ja angekündigt habe der soja kampfkunst macht rüstung selber baut und so weiter und so weiter da war ich heute habe gedreht hat riesen spaß gemacht und ich war schon sehr erstaunt also der hat war drauf der junge ok bis dahin so ihr lieben es ist soweit ich muss mal gucken ob das jetzt klappt hier mit der verlosung ich musste mir da erstmal musste ich mich schlau machen und ein programm runterladen um das live aufzunehmen so ich habe jetzt also hier die url von youtube eingegeben wo die kommentare mit grölsch drin sind und wenn jetzt alles klappt dann drücke ich hier drauf und dann sagt ihr mir gleich wer den tisch gewonnen hat ich bin mal gespannt so dann wollen wir mal wir haben jetzt alle teilnehmer drin olis blickwinkel videonahme news verlosung gewinnspiel und wenn ich jetzt hier drauf drücke dann kommt der gewinner für diesen tisch ich kann es jedem ich wünsche euch viel glück und ich bin selber gespannt wer jetzt den tisch gewinnt klaus stein klaus stein aus hesse aus hessen ja lieber klaus wenn du das siehst melde dich bei mir ich brauche deine adresse und dann werde ich mir mal etwas suchen wo ich diesen tisch einpacken kann damit er auch heil bei dir ankommt und dann werde ich diesen versenden kann sicherlich zehn tage 14 tage dauern weil ich muss dafür in die firma fahren da fahre ich aber nur alle 14 tage hin also nächste woche war ich nicht in die firma aber danach die woche und dann geht der tisch zu dir raus ich hoffe du hast viel spaß und freude damit mit dem grölsch tisch ich darf mich bei allen bedanken die mitgemacht haben ich wollte 500 follower erreichen und bin jetzt bei über 900 ich weiß gar nicht wieder passiert ist aber ich freue mich natürlich riesig und wenn euch das gefallen hat auch wenn jetzt gar nicht so viele mitgemacht haben wie ich vielleicht gedacht habe ich denke ich hau demnächst noch mal einen raus ja bis dann und schönes wochenende wünsche ich euch